Bring uns bloß hier raus, ich fang schon an zu rosten! Up, up and away! Hey, ist das ein Orakutan? Autopilot-Landung, 80% erfolgreich. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Commander Zod. Folge 14, ich weiß den Namen schon wieder nicht, das seht ihr daran, dass ich am Anfang hier das Intro und sowas sehe, weil das bei mir hier immer abstürzt. Ja, noch eine Waldkarte, das ist wahrscheinlich wieder alles Sumpf, die sieht aber echt interessant aus. Zwei Brücken hier noch, da noch eine Brücke. Hm. Es wird Spaß, ich weiß jetzt nicht welche Punkte wichtig sind, das kann man gerade nicht so gut erkennen. Erstatte Meldung! Wir marschieren los! Fahrzeug erbeutet, jawohl! Kein Problem! Wir Einzelkämpfer! Okay! Jawohl! Wir sind schon unterwegs! Hier, Psycho-Einheit! Kein Problem! Hier, Psycho-Einheit! Sektor unter Kontrolle! Geschütz erbeutet! Ende und aus! Radar aktiviert! Ich will hier was anderes bauen. Produktion abgebrochen! Ein paar Lasereinheiten. Am Anfang ist das mit den Geschützern noch nicht ganz so wichtig, wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie runterkommen. So, schwerer Panzer. Erstatte Meldung! In Ordnung! Gucken wir jetzt hier irgendwas. Hier, Einzelkämpfer! Wir marschieren los! Erstatte Meldung! Wir greifen an! Hier, Einzelkämpfer! Wird erledigt! Jawohl! Brücke repariert! Erstatte Meldung! Okay, so. Vielleicht wär's auch dumme Idee, jetzt zu reparieren. Na, egal. Wir packen jetzt erstmal hier hin. Schönes Geschütz. Produktion aufgenommen. Dann komm mal hin. Erstatte Meldung! Sektor unterkommen! Wir marschieren los! Hier bei euch auf jeden Fall ein Geschütz. Produktion abgebrochen! Genau, Haubitze, genau. Produktion aufgenommen! Wird erledigt! Produktion abgebrochen! Sie sind einfach überall! Und der nächste bitte ist! Mist, wo haben die denn jetzt gekämpft? Da. So, das Geschütz ist weg. Jawohl! Sehr gut! Wir sind schon unterwegs! Ich bräuchte unbedingt... Ah, seit ich bin ein bisschen das Geschütz setzt. Okay! So, und hier baue ich jetzt... Produktion abgebrochen! Produktion aufgenommen! So, momentan... Oh, da kommt der Schwere! Wo ist mein Schwere? Da! Hier Einzelmarschbefehl bestätigt! Hier Einzelkämpfer! Ja, stimmt! Die Säule tiefer hoch! Jawohl! Ende und aus! So, hier baue ich... Produktion abgebrochen! Ist hier kein besseres Geschütz? Nein! Nein! Mist, was mache ich? Scheiße! Produktion abgebrochen! Produktion abgebrochen! Jawohl! Wird erledigt! Rums! Hier Psycho-Einer! Und los geht's! Na komm schon! Fällt auch ein Psycho-Einer! Cool! Erst geschütt... Wir marschieren los! Erstatte Meldung! Sie zerstört! Marschbefehl! Hier Einzelkämpfer! Kein Problem! Mist, 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 Mist! Ich bräuchte auch ein wenig Einheit! Ich hab da nämlich gar nichts! Jawohl! Auf Sie mit Gebrüll! Okay, ich hab den ersten Schuss gehabt! Ja! Ja! Wie geil ist das denn? Erstatte Meldung! Sie sind einfach überall! Hier Psycho-Einheit! Und los geht's! Hier Psycho-Einheit! Hier, eins in Ordnung! Mist, 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 Mist! Ich bräuch' unbedingt ein paar Einheiten! Also da unten bräuch' ich eine Einheit! Jawohl! Das ist die Sache! Ende! Jawohl! Der da unten kann Geschütze! Schützen und Kämpfer! Oh mein Gott! Krieg' ich die denn? Nee, krieg' ich nicht! Um Himmels Willen! Tut doch was! Erstatte Meldung! In Ordnung! Ah, sehr schön! Sehr schön! Jawohl! Okay! Jetzt grad sieht's echt gut aus! Jawohl! Vielleicht kann ich mit einem schweren Panzer irgendwas machen! Ich weiß es nicht! Ich kann versuchen das Ding da oben einzunehmen! Wir greifen an! Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch! Da ist ein bisschen Video-Panzer noch! Ich hab' gar keinen Video-Panzer, oder? Hier ist ein Kran! Das ist auch ein Kran! Erstatte Meldung! Wird er Roboter hier? Erstatte Meldung! In Ordnung! Hier Laser-Einheit! Sehr schön, Laser-Einheit! Ja, das ist natürlich sehr schön! Ende! Hilfe! 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 Hilfee! Jawohl! Demarschbefehle bestehen! Geschützt hergestellt! Produktion abge- Sie sind einfach überall! Könnte ich Surese bauen! Du oros! Produktion aufbühren! Statte Meldung! Geschützt her- Wir greifen an! Netta Schut! Geschützt hergestellt! Und sch confianателя! Sehr schön! Fahrzeug hergestellt! Jawohl! Das sind Kämpfe, die kommen da eh nicht durch. So. Oh, das könnte sogar was werden, in einem Moment kommt da was raus, ich weiß nicht was. Das ist alles nicht doofe. Ich hab gesagt, wir werden angegriffen. Ich bräuchte Schützen für den hier in der Mitte. Wir könnten ihn gleich wegballern. Erstatte Meldung. Okay, Schützen, Laser gegen Schütze ist nicht so stark, scheinbar. Mischt. Hilfe, Hilfe, Sie sind einfach überall. Kein Problem. Jawohl, Ende und aus. Auf Sie mit Gebrüll. Ah, das hatte ich jetzt nicht so enttätigen. Komm, 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 komm. Schieß. Schieß. Okay, kein Problem. Bleibt sehr schön so ein Sitzen. Erstatte Meldung. Fahrzeug hergestellt. Oh mein Gott. Jawohl, wir marschieren. Erstatte Meldung. Sehr schön, schwerer Panzer. Und der nächste Bitmarsch. Jawohl, wird erledigt. So, dann nehm ich mich das Ding hier ein. Was baut er hier gerade? Super. Geschütze kann ich gut gebrauchen. Jetzt bräuchte ich aber unbedingt was. Krieger, Krieger, Krieger. Mist. Jawohl. Wir greifen an. Produktion abgebrochen. Was kann ich hier bauen? Lade Einheiten. Aber ich baue hier noch Hobbizze, glaube ich. Produktion aufgenommen. Mist, Mist, Mist. Das dauert zu lang, bis dann ist der weg. Na egal. Erstatte Meldung. Okay. Ja, komm. Ne schöne Gätzung. Klasse, Tepper. Das ist okay. So, wäre das auch mir. Erstatte Meldung. Okay. Jawohl. Kein Problem. Ah, was soll's. Ist der halt auch weg. Hat sich ein bisschen komisch verteilt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber was soll's. Roboter hergestellt. Sektor. Erstatte Meldung. Wir greifen an. Aaaaaaah. Ja. Netter Schuh. Oh mein Gott. Ah, die kriegen wir so da nicht. Wir liegen unter Beschuss. Marschbefehl besteht. Erstatte Meldung. Bestätigt. Okay. Sehr schön. Die sind nämlich jetzt auch weg. Erstatte Meldung. Ende. Jawohl. In Ordnung. Erst. Geschütz hergestellt. Wir sind schon unterwegs. Jawohl. Wir marschieren los. Jawohl. Wird erledigt. Jawohl. Wir sind schon unter. Erstatte Meldung. Erstatte Meldung. Sektor unter Kontrolle. Wir marschieren los. Ganz viele Geschütze. Mist. Hätte ich eigentlich mal ändern können. Ähm. Produktion abgebrochen. Medium. Roboter. Hier Einzelkämpfer. Wird erledigt. Produktion abgebrochen. Die brauche ich auch noch Hobbitze noch. Produktion aufgenommen. Fahrzeug hergestellt. Hm. So. Jawohl. Okay. Dann schicke ich mal noch hier hin. Marschbefehl bestätigt. Brauche ich wirklich alle drei hier? Nicht zwingend eigentlich. Da habe ich auch noch einen schweren. Jawohl. Okay. Oder ich will Platz machen. Zwei Hobbitzen. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Produktion abgebrochen. Produktion aufgebrochen. Hier Flammenwerfer. Auf Sie mit Gebrüll. Ich versuche das Geschütz irgendwie irgendwie zu nehmen. Ähm. Laser möchte ich gerne haben. Produktion aufgenommen. Was? Ich brauche ja gar nicht jetzt zu schicken. Erstatte Meldung. Kindes Dingelicht down. In Ordnung. Hier Einzelkämpfer. Und los geht's. Hier Einzelkämpfer. Und los geht's. Jawohl. Hier Einzelkämpfer. Hier Einzelkämpfer. Und los geht's. Hier Einzelkämpfer. Und tschüss. Wir greifen an. Hier Einzelkämpfer. Ich habe beide schweren. Die erste Hobbitze ist weg. Das ist schon mal eine ganz gute Bilanz. Jawohl. Volltreffer. Wir greifen an. Erstatte Meldung. Keine können hier nichts machen. Und los. Das scheint zu klappen. Wir marschieren. Erstatte Meldung. Ende und aus. Außer der macht jetzt bleiben schon alles weg. Jawohl. Das sollte klappen. Auf Sie mit Gebrüll. Na komm. Fahrt doch jetzt nicht so doof. Cool. Ja. Geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen Leute. Haben wir Folge oder? Geil. Wir sind schon unterwegs. Hat euch Spaß gemacht. Ist auch richtig fordernd mittlerweile. Und tschüss. Plötzlich Commander hat es heute vorhin. Das war klasse. Jau. Super Sir. Wir haben es geschafft. Jawohl. Gut gemacht. Jawohl. Gut gemacht. Wir haben es geschafft. Okay Jungs. Wir haben sie im Sack. Lasst es dröhnen. Jau. Wir haben sie�� hinzu. Wir haben sie Pitin. Frehe Verhen. Wir haben sie verstanden. Wir sollen sich nicht mit mir dieses Machos zu propositionen. B Sch programmers Karl Kerednarhaus Untertitelung des ZDF, 2020